Hallo Minecraft, herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyfactory. Wie letzte Folge angekündigt, will ich heute in Nater gehen. Allerdings fängt mir dann noch ein bisschen was. Ich muss erstmal kurz ein paar Level holen. 36 brauchen wir. Für ein Protection 4 Buch. Fire Protection. Ist im Nater ja einfach sinnvoll. Hoffen wir, ich habe genug Essenz. 35. 36. So, zweimal. Einmal brauchen wir noch. 36. So. So, ausziehen müssen wir einen Sitz. Kostet 11. Moment. Einmal 7. Einmal 7. Und einmal 11. Okay. 7. Ich glaube für die Leggings war das. Andersrum. Und 11 Level für die Schümchen. Sehr gut. Nein. Hä? What? Für was habe ich das ganze... Für was habe ich den ganzen Scheiß jetzt gemacht? Ich habe doch... Ich habe doch Fire Protection gemacht. Was soll denn das? Alles weg? Das kann nicht sein. Nur der Fedderfall bei den Schuhen ist... Ach, Mann! Ich kann die doofen Schuhe wenigstens reparieren. Und so ein paar Diamantchen. Oder ist dann auch alles weg? Nee, das machen wir nicht. Nee, das machen wir nicht. Ich dachte, ich kann da jetzt einfach Fire Protection draufhauen. Und dann hat sich das erledigt. So, da drüben sind schon fast alle Fässer bis auf Eisen sind leer. Und auf der Seite haben wir auch schon so ziemlich alles geleert. Das ist gut. Ach, Mann! Ich dachte, ich dachte, ich kriege jetzt Fire Protection. Kann man hier den Waypoint löschen. Aber das ist ärgerlich. Das hätte doch nicht sein müssen. So, nimm. Wie immer, wenn wir in irgendwelche anderen Welten müssen, für den Weg über nimm. Ich muss sagen, mein... Das sieht man hier gar nicht. Mein Gelände auf der Minimap sieht auch recht interessant aus. Essen haben wir genug dabei. Energie haben wir auch noch einiges zum Fliegen. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo es hier Blaze Roads gibt. Wahrscheinlich sind die alle von irgendwelchen Leuten weggemacht worden. Daher müssen wir auch ein bisschen suchen. Da hinten ist sogar schon einer. Oh ja, da hat es ein paar. Aua. 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 Oh nein, jetzt bin ich gewittert. Verdammt. Jetzt sollte ich mich vom Acker machen. Erstmal ein bisschen regenerieren. Zehn, wir brauchen mindestens elf, äh zwölf Blaseroids. Zwölf haben wir. Zwölf haben wir, das ist schon mal gut. Oh, die Bitterskeller, die sind natürlich auch ein bisschen nervig. Oh, das geht nicht gut aus. Oh, das hat ein bisschen Licht gemacht. Da hinten müsste eigentlich noch irgendwo ein Spawner sein. Was geht mit dem ab? Schöne mal dein Leif ein bisschen. Genau. Das will ich nicht. Nein, 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 wir sterben nicht. Wir sterben doch. Wir sterben nicht. Mit eineinhalb Herzen überlebt. Ich glaube, ich spinne. So, 25 Blaseroids haben wir, das reicht. So, unsere Rüstung ist auch nicht zu sehr kaputt gegangen. Davon können wir uns vier Ender Chests bauen. Zwei brauchen wir, im Moment mal. So. Da bin ich nicht angelegt, bin ich hier angelegt. Auch nicht irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie das Rohsystem wirklich funktioniert. Ich gucke immer nur, wo ich dran stehe und da gehe ich dann einfach durch. So, wenn ihr jetzt auf die Minimap schaut, habt ihr gerade gesehen, da ist meine Base. Die ist eigentlich ganz schön, auch von der Form her. Vorne muss ich noch ein bisschen arbeiten, wenn ich so drauf gucke. So, zu Hause. Wenn wir nämlich unten die Monsterfalle da auch jetzt anschließen, an diese Geschichte hier, dann müssen wir nicht mehr so viel hin und her springen. So, lass mich kurz überlegen. Wir brauchen auf jeden Fall noch mal Export. ein End-In-Fort-Kuss brauchen wir. Das war das Blaue und eine Sticky-Pisten. Ein Blaues-Teil haben wir noch. Zwei Eisen, glaube ich. Genau, die Sticky-Pisten. Können wir auch noch machen. Irgendwo müsste Rubber sein. So, und ein paar Kabel brauchen wir noch. Ein paar ME-Kabel hätte ich gar nicht. Hier. Und was habe ich denn noch gemacht? Achso, ja, die Ender-Chests muss man natürlich auch noch machen. Ender-Chests. Nein. Aber das ist irgendwie eine andere Ender-Chests. Ich wollte die ganz normale haben, wo ich einen Farbcode angeben kann. Inder-Chests. Hier unten. Zwei Wolle und ein bisschen Obsidian. Wolle. So. Ähm. Ender-Perlen brauchen wir auch noch. Zehn Stacks Ender-Perlen. Das scheint richtig schön, aber ich habe... Guckt euch mal das an, die ganzen Bögen. Die sind alles sowas von unmöglich. Da muss ich mir irgendwas überlegen. Weil auch die wegzuwerfen ist, ist mega nervig, wenn du da jedes Mal extra Ender-Perlen... äh... Nicht Ender-Perlen... Wenn du da jedes Mal das extra machen musst. So, jetzt müssen wir uns nur eine Farbkombination überlegen, die noch keiner hat. Äh. Wir haben keine Farben. Oder bin ich einfach nur zu blind? Ähm... So, ähm... Ich nehme an, dass weiß schon jemand hat. Wir nehmen... Keine Ahnung. Lapis können wir nehmen. Und... Und irgendwas komisches, was keiner hat. Gelb. Gelb und grün. Grün. Moment, ich sollte vielleicht erst das hier oben dran bauen. Mal gucken, ob das überhaupt geht. Äh... Ähm... Na, es kann sein. Doch, steht online dran. So, dann hauen wir hier mal die da rein. Scheint auch zu verschwinden. Blau, gelb, grün. Gelb, grün. Scheint keiner zu haben. So, ich muss jetzt aber eigentlich die Ender-Chests so dran setzen, dass vorher alles andere schon produziert wird. Ich muss gerade mal hier alles aufreißen, damit ich es sehe. Wo die Leitungen langlaufen. Dieses ganze Brick hier soll nicht hier unten sein, sondern in die Ender-Chests wandern. Aber... Ich könnte es blacklisten. Ne, kann ich nicht. Doch, ich kann... Hier ist geweiht, dass du die ganzen Säckchen. Die gehen hier unten rein. Ich kann hier... Es gibt ja auch einen Deersault-Item-Pilger. Das heißt, hier soll bloß rein, was ich drin haben will. Oh Gott. Das ist ein bisschen komplizierter wie gedacht. In die Ender-Chests soll nur was fallen. Nee. Das ist falsch gedacht. Soll alles hier unten verstaut werden, außer die Säckchen. Das ist auch falsch. Soll alles nach oben, außer die Säckchen. Soll alles... Soll alles nach oben, außer die Säckchen. Soll alles nach unten, außer die Säckchen. Kurze Denkpause. Auf dem Herbst. Untertitelung des ZDF, 2020